Ekelhaft. Ekelhafte Klebung hier. Junge, bist du geisteskrank? Bist du geistesgestört? Bist du ein Geisterkranker? Du bist ein Geisterkranker. Isst du den noch? Nee. Du denkst nicht die. Ganz alle! Mach es jetzt! Mach es jetzt! Mach es jetzt! Verdammt noch mal! Ich mach das jetzt in den Mund, Mann! Verdammt noch mal! Mann ey! Stoppt jetzt Ausspuckung hier! Ekelhaft! Ich mach das jetzt in den Mund! Ja! Ja! Wann haben wir morgen Sonntag? Ja! Alles klar, machen wir! Computer-Gang. Computer-Gang. Alter, heute Abend kommt der Jugendplatz. Kommt denn das hier? Nein, das ist eine Serie. Als ob der Jugendknast hier hinkommt, was hast du vorgestellt? Heute wegen dem Drohnenflasch. Deswegen kommst du in den Drohnenknast. Der Jugendknast. In den Drohnenknast. Hier kommen nur Drogendilikte hin. Und auch nur die direkte, nicht die Leute, die sie verbrochen haben. Okay, dann warten wir auf euch. Ja, bis denn. Tschüss. Da, guck, der Jugendkast. Von 20.14 bis 30.00 Uhr. Und da steht schon direkt Marcel. Guck, Marcel steht als erstes. Marcel. Von Diebstahl. Ich hab nie angelegt. Und ich hab keine Ahnung. Bis Drogendil. Nee, irgendwas mit Raub. Das erklärt sich, wenn man sieht. Hier. Marcel. Punkt. Von Diebstahl über Raub, warte. Von Diebstahl über Raub bis hin zu Gewalt. Und Drogendelikten. Das ist eine Vielzahl von Strafentaten, wegen der rund 500 junge Männer im Alter zwischen 14 und 24 Jahren in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal Ronstock inhaftiert sind. Erst 2011 in Betrieb genommen, gehört das Jugendgefängnis zu den neuesten und unhersten Einrichtungen. Seine Art. Bruchssicher. Doch ein moderner Jugend. Nein. 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 Oh, die Tür. Die Tür. Also du weißt nicht, wie es tut. Spaß. Juhu. 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 Okay. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht können wir das zusammen machen. Bezahlen. Ja, wir fahren mal. Mach ich mal an. Ich nehme mal an. Juhu. Sie hat 3,05 € Stückchen bezahlt. So ein Berg fünf Cent Stücke. Die Batterie ist leer. Ich habe die frisch rein getan. Komm, wir gehen die Zighadena filmen. Wo rollierst du die jetzt? Ja, ja nicht filmen die. Stehen die noch da? Die stehen noch da. Geh mir in die Kamera. Ich schaffe mich genau vor, denen machen wir. Und deswegen geh wieder rein. Junge, wieder tückel Videos von dem Typen. Mach das! Ja, ja, fahrt hin! Ey! Woher hast du? Eine Wäsche. Ey, ist die drin? Ist die da drin? Ja, die ist hier drin. Mann! Ey! Ey! Ne, lass das hier! Du machst die Aggressiv! Stopp das jetzt! Schnell waff' man, du bist in irgendeinem anderen Land. Tschüss! Irgendwo, falls du Tobe heiß ist im Schatten. Da kommt doch jemand in den Scheiß rum. Ey! Ey, geh mir meine Schuhe! Ich brauch die! Ey, nimm die! Ja, ey! Ey! Ist da eine Kugel drin oder nicht? Ist da eine Kugel drin oder nicht? Hä? Was bist du? Marcel! Ist da eine Kugel drin oder... Ist da eine Kugel... Hahaha! Warte mal, nein, nein! Mann, du wirst es weg, du Mann! Junge, jetzt hast du mir jetzt gebt. Du hast mich entwaffnet? Was kann ich denn dafür? Nein, nein, nein! Mann! Was soll ich überfallen gehen? Okay, nein, nein! Dann komm! Mhhh, das ist lecker, ne? Mhhh, das ist lecker, ne? Hein! Nu mu mu mu! Der hat hier heil gesagt! Und? Oh 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 oh! Niesow, wer hat vorbeifahren! H이를 fans 5 schlattern... Das ist aber schon, das führt zu schnell mit dem Fahrrad. Ja, schon sagen. Eine Butterung erfahren statt. Ey, ich hatte mein Handy bitte mitnehmen. Wofür? Ich würde heute auf Joom rumgucken. Wofür? Um mein Geld auszugeben. Wofür? Für mein Wohlbefinden. Wofür? Für meine Gesundheit. Ich glaube, du sprichst an die falsche Sprache. Ey, mach das mal. Ey, was das denn? Mach mal mit dem Laserpolter. Weißt du, der Laserpolter ist gut genug, um die zu platzen? Was? Die Dinger? Nein. Da muss man drücken mit Druck. Und das... Die Maus da, ey. Ist gar nicht mehr gut. Ey, da ist eine Wespe dran. Ekelhaft, das ist scheißviehig. Der... Der hat einen Stein... Ah. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfluss. Der hat eine Sendung. Warum? Ja, weiß ich nicht. Detlef muss reisen. Ne, das muss er gar nicht. Wer hat gesagt, dass er es muss? Ja, die Leute, die das machen. Was denn? Stopp es. Hör auf, sonst... Stopp die Anfassung. Okay. Hier, wir kommen schon Radlecksfilme. Ey, was ist das für eine blöde Erfahrung? Ey. Hund am Steuer. Da hinten muss Otto fahren. Das war gar nicht lecker. Was machen Sachen? Ey. Kriminalkopp. Ey, stopp. Stopp. Ich boxe dich. Da war schon heute ein Fingerflugdorf. Von dir gestern. Hör auf. Von mir gestern? Ja, von dir gestern. Ne, ich hab da keine Wagen. Ja, ja, doch. Lügenhaft. Ja. Du bist ganz groß und verarschendig. Ja. 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 Ja.